Und es ist tatsächlich jetzt von Vorteil, wenn der Tobi gleich mit einem Auto kommt, weil ich dann einfach nicht so lange dahin brauche. Die Tobi gleich mit einem Auto kommt, wenn der Tobi gleich mit einem Auto kommt, wenn der Tobi gleich mit einem Auto kommt. Okay, was ist jetzt los? Jetzt geht wieder gar nichts oder wie? Echt, also heute ist irgendwie richtig der Wurm drin. Heute ist echt richtig 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 der Wurm drin. Mächtig mäßig. Okay, kann ich irgendwie überhaupt nicht anrufen. Das ist sehr dubios. Das ist aber echt blöd. Das ist ja echt blöd. Mann, jetzt fliegen wir da wieder raus. Mensch, 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 Leute. Aber wie kann das denn zustande kommen, dass dieses 5M das nicht hinbekommt? Was ist da los? 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 Was ist da los, Brudi? Brudenn? Mehrzahl von Bruder ist einfach Brudenn. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Direkt wird auf mich geschossen. Okay. Boah. Ich hab grad mal 5M neu gestartet, ne? Ja. Und jetzt kommt, dass der Updaten möchte den GTA. Aber dann kann ich weder ja noch nein klicken. Auch kein abbrechen. Hast du GTA auf der neuesten Version? Okay, gehen wir da mal lieber raus. Glaub ich nicht so nett, ohne dass sie das Business zu dingsen. Naja, egal. Ähm. Lustig. Da hat einer geschrieben, boah nee, er hatte gerade 4 Fahrzeuge zum Aufstellen rausgeparkt. Hahaha. Und dann, zack, bumm, selber schmiert ab. Hahaha. Eieieiei. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Okay, wir kommen auf jeden Fall wieder rein. So scheint's. Bäh, 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 bäh. Okay, Mike. Alles es bitte. Yeah. Atle. Das ist so nett! Und hier noch malglied es einenenầnenilsauch. Was Anthem und turkey tutten. Und schmeißig? ... So ganz! So ganz! So. Man, 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 man! Aber jetzt spawnen wir hoffentlich wieder... ...draußen. Wir waren ja gerade... ...da vor diesem kleinen Park gestanden. Und ich spawnen jetzt nicht im Krankenhaus. Das wäre echt cool. Also das müssen wir echt wieder in einem scheiß Krankenhaus erwarten. Ich krieg dann irgendwann auch eine Krankenhausphobie. So. 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 Das sieht doch schon mal erstmal nicht schlecht aus. Erstmal sieht das nicht schlecht aus. So, 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 wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Ah, perfekt. Ah, Mensch. Ah, Mensch. So, so, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so, so. So, so. 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 So, so. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum auch immer ich diese Nummer nicht speichern kann, naja. Aber das ist halt jetzt crazy, ne? Also ich bin jetzt gerade frisch reingekommen und ich kann schon wieder mein Handy nicht auswählen. Wird gleich wieder gekickt, safe. Ah, das ist doch blöd. Also so ist es natürlich unspielbar. Wenn wir jetzt gleich nochmal rausfliegen, dann spielen wir erstmal eine Runde League of Legends. Dann zockt man einen Aram oder so. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Sah gut aus, es sah gut aus. Also wie gesagt, wenn wir jetzt hier rausfliegen, dann zockt man gleich mal was anderes. Guck mal, jetzt gerade mal so wird es darauf hinauslaufen. Aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Nee, Alter. Also könnte mir jetzt nochmal kurz Zeit geben, aber da wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Und man merkt auch, dass das 5M, weil die Oberfläche auch gar nicht mehr funktioniert. Also passiert gar nichts. Oha, und ich kann auch gar nicht mit F4, Alt-F4 raus, weil das Overlay da ist. Das heißt, ich muss erstmal mal eben schnell den Taskmanager öffnen. Oh Gott, er kommt aber irgendwie nicht dazu. Sagt man dann immer so. Ja, er wischte mich immer ganz, also immer ganz schnell irgendwie dabei, dass ich selbst sage, oh ich komme nicht dazu. Weil man einfach irgendwie keinen Bock hat oder so. Aber eigentlich soll es ja kein Problem sein. Naja. Aber ich habe tatsächlich im Hinterkopf und habe auch wieder Bock. Okay, okay, what the fuck. Was war das denn? Und warum schneit es hier? Hä? Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Muss ich jetzt mal erstmal, muss ich jetzt erstmal den Max anrufen. Bin also ein alten Lunsie. Ah, okay, der ist gar nicht da. Na, perfekt. Und der Tobi, was ist mit dem Tobi? Na, der Tobi ist auch nicht da, perfekt. Aber warum? Ich hoffe, ich bin beschwört. Im Winter, ganz harter Typ. Da sterbe ich schon beim Anblick. Naja, eigentlich, eigentlich ist es kein Winter. Das ist das, was mich gerade wundert. Warum ist hier gerade Winter? Wie gesagt, eigentlich ist es hier kein Winter. Und das macht auch Rollen... Rollenspieltechnisch gerade irgendwie keinen Sinn. Danke, Siri. So, dann gehen wir jetzt gerade mal eben schnell nach den Nudeln gucken. Jetzt, wo es so scheiße kalt ist. Ja, bach. Wie, kein Winter. Es regnet Mehl. Ja, was weiß ich. Aber im letzten Mal war es einfach kein Winter. Es hat die Sonne geschienen. Tschüss. donut